Herzlich willkommen bei dieser Kunst-Performance. Ich darf es im Intro machen. Die Kunst-Performance geht nämlich um ein Entertainment-System, das heisst Fof-GPT. Es geht darum, dass man interaktiv heute im Rahmen der letzten Fofenwahrung, die Fofi einfach mal richtig geniessen und wahrnehmen. Ich erkläre das ganze Ablauf. Das ist so, dass Fof-GPT ein Entertainment-System ist, das von einer KI gesteuert wird. Diese KI wurde ausschliesslich auf Fofis Wissen trainiert. Wir haben alle einen QR-Code bekommen, wo wir dann wirklich auf Fofi-GPT eingehen können. Ich zeige ganz schön, wie das läuft. Das Entertainment-System ist aufteilt für verschiedene Sessions. Es gibt immer vorher und nachher Songs. Die könnt ihr übrigens auch auswählen und bitte entscheiden, was für Songs kommen. Über auch der QR-Code gibt es hier eine riesige Auswahl in der ganzen Bibliothek von Fofi. Diese Sessions sind aufgeteilt und man kann interagieren in vier Aktionen. Und das macht man in dem, dass man den QR-Code kennt. Und dann kann man eine Frage stellen. Was machst du gerne, Fofi? Kann sich auch eine gemeinere Frage stellen. Man kann eine Aussage machen und schauen, wie Fof-GPT reagiert. Man kann sogar beim QR-Code etwas abbrechen, was Fof-GPT gerade machen ist. Also ganz gemein drei Funken. Und das Ganze kann man an der Uhr 1 machen. Darum haben wir mehrere QR-Codes. Man kann auch mit guten Argument davon überzeugen, dass ich noch einmal eine gebe. Und es ist dann so, dass pro Session vier QR-Codes eingelöst werden. Und dann gibt es gleich eine nächste Song. Und man kann es wirklich laufend nutzen. Jetzt auch schon während der Intro von der Aktion, während sonst die nächsten Fragen oder Aussagen machen. Und das Ganze wird dann laufen. Maximal 8 Songs. Aus Lizenz- und Akkugrund wird das Ganze abgebrochen. Was aber natürlich auch ist, kein roter Faden. Das heisst, man kann wirklich rein- und ausklinken, wenn der Siri mal wieder einen Jointkabel drehen. Ja, das ist kein Thema. Das ist kein Thema. Das haben wir ungeniert, obwohl auch schon spät in 3-2 Stunden. Jetzt aber wahrscheinlich noch ein paar Minuten, die ich nicht vergessen habe. Ja, ich würde sagen, wir füllen mal an. Ganz verspannt. Kann ich erst abkommen? Jaaa. 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 Untertitelung. BR 2018 I can't forget you When all those things we used to do Memories don't erase so easily And lipstick traces on your face Proved that to me When we met, I was young And you were old And yet it was me Who invited you Into their home And once inside You acted like a child And like a mother When you left, all I did was cry And now it's always raining My tears fall like rain And my eyes, they changed to grey I'm always in the rain Nachricht von 253.000 Was hältst du von Abarth? 252.000 Was für ein lustiger Name Aber, ja Da habe ich sehr viele Titel Wähl doch eine U's Nachricht von 4A 2B 7B Kannst du etwas vortragen? Warte Wait for it Nachricht von 272.818 Warum ist dessen das Leben selbst, gell? Hm Ich finde keine Sorte dazu Ich glaube, es ist eher orange Nachricht von 14A 615 Ich verstehe nicht ganz Also, bei dieser Stimme würde ich mir mal fragen, wer wen hier versteht Okay All I see is the land of plenty I can decide between bad and worse I'm a good string puppet I Don't Know What will be tomorrow May Before Today I'm safe to choose the worst Oh I'm a good string puppet I Am Gonna Take a bullet And reload Another Gun Don't Don't Any Of My Targets But I Will Shoot All Of Them Cause All I do Is Follow 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 Says Lee Chums Once the leader tells me Walking but not my own way I follow for I'll follow I follow for I'll follow I walk, I walk, I walk I walk, I walk, I walk I walk, I walk, I walk hook, I walk, I walk I walk, I walk, I walk Wow, I walk, I walk Wow, you are so original, I walk I walk, I walk, I walk Nachricht von 4DA530, canst du wirklich programmieren? I feel like I have a book Als textbildende AI kann ich nur antworten und leider nichts Neues erschaffen. Nachricht von 383 A36, wie heißt die Person rechts von dir? Als textgenerierende AI kann ich leider nichts sehen. Nachricht von 72 A36, kennst du ein gutes Rezept für Popcorn? Ich suche in den Erinnerungen von Poffi. Bis vor drei Jahren war das einfachste Rezept mit einem Gerät, aber es war etwas altmodisches. Dieses Gerät ist irgendwie medieval. If you ask me, like I'm watching a sequel. I've already seen, I can tell you what happens To the new king when he goes out of fashion. I want my money back now, now. I've been in the wrong crowd, out. I'll never say it out loud, out. But I hated every word that comes out of your mouth. What should we fight about this time? What will I write about this time? It doesn't matter if we're not fine. No, I should have kept that shit off. It feels a little medieval. If you ask me, like I'm watching a sequel. I've already seen, I can tell you what happens To the new king when he goes out of fashion. It feels a little bit evil. Kissing that ring in a gothic cathedral. If you ever see what really happens To people like me when we go out of fashion. They're gonna tear you from your past So it's almost inevitable I'm not being cynical, it's so unoriginal If you get political They make you a criminal It's all a bit difficult Don't put your camera down You won't go to heaven in a crowd It's not worth the money Really even from the dead I said it would be any fun I never should have trusted anyone They love you till they know you're done Then it's off with your head It feels a little medieval If you ask me, like I'm watching a sequel I've already seen, I can tell you what happens To the new king when he goes out of fashion. It feels a little medieval Kissing the ring in a gothic cathedral If you ever see what really happens To people like me when we go out of fashion. I'm sorry That's B Was ist passiert? Oh, oh! Oh, oh! Fuck! Das ist wirklich kaputt! Hm! Oh, oh! Die Azure-Server sind ausgelastet! Ja! Wir sind zurück! Was ist für uns? Was ist für uns? Was ist wahr, was ich kann? Offensichtlich das hier! Das geht jetzt alles zur Illusion! Nachricht von A90D21 Kannst du mir helfen, meine eigenen Emotionen zu verstehen? Oh, das ist mein Lieb! Ja! Weil, Fofi, wenn ich in diese Vergangenheit schaue, Das hat alle Emotionen! Welche hast denn? Du! Was würd ich von Sie wohl gerne R.O. als Ehrenwürdiger Kunstschaffender zum Abschied sagen? Herr O! Du bist scheiße! Deine Schwester hat keine Ahnung von Kunst! Deine Schwester hat keine Ahnung von Kunst! Nachricht von A90D35530 Dann kommt das Eichhörchen Den Chaos, die Ixolmusikale kommt vor Sieb! Also, Teil 3 bleibt ja gerade im IMAX Teil 4, geproduziert von James Cameroon Und da sind wir dran! Noch eine Info! Bitte keine Anführungszeichen machen! Mehr, ihr alle! Denn Anführungszeichen Wir machen das Tool kaputt! Und das Tool, das ist im Gegensatz zu mir kein... ... Ich habe angefangen, Ich habe niemals so alt, so alt... ... ... Ich habe mich niemals auf den Boden ... auf dem Floon they left a swimming pool of solvents crimes crimes oh, what could I do to change your mind nothing I'm bracing for the pain and now I'm letting go I'm using all my strength to get out of this hole I hit a wall I thought that I would hurt myself oh, oh I was sure your words would leave me unconscious and on this floor I'll be lying crying lifeless but I hit a wall oh I hit them all watch them fall you're just another freaking diamond sledgehammer hammer and I'll just have another freaking diamond sledgehammer a 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